Und unser Auto ist ein Müllauto. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, ich weiß jetzt auch nicht, wo ich es reinwarten soll. Da, wo das Garten schon drin liegt. Ja, in beiden, Schatz. Wir sind in KIA und Kai hat ganz spontan entschlossen, Windstufen zu gehen. Es ist zwar schon spät, aber kurze Runde. Kurze Runde, hoffentlich hält der Wind, weil die so nachlassen. Ja, wird schon kurz noch aufs Wasser. Ich habe keine Kraft mehr für eine Session. Wir waren nämlich heute Vormittag schon zusammen in Wingen. Mir reicht's und es ist auch frisch, deshalb mache ich lieber ein bisschen Aufnahmen. Ich habe keine Kraft mehr für eine Session. Ich habe keine Kraft mehr für eine Session. Ich habe keine Kraft mehr für eine Session. Hey! Und, hat es sich gelohnt? Ja, war auf jeden Fall schön. Toll. Die Stimmung sagt geil aus vom Licht. Richtig schön, bis die Sonne weg ist. So herrlich. Da schmeckt Spaghetti-Gorgonzona. Auf jeden Fall. Jetzt schnell, bevor ich es kalt liegt. Ja, ich habe es auch kalt. Wir sind zurück in Punta Tretu und haben hier mit Jonas und Franzi ein Surf-Camping eröffnet. Also man sieht es, überall liegt Surf-Material rum. Ja, und wir haben hier so ein kleines Eck kreiert. Jetzt sind wir gerade vom Wasser, hatten sehr gute Surf-Session und machen uns mal einen Lunch. Dann habe ich noch ein kleines Eck, bis later an denлоht. Und wir sehen uns allen, bisren Fikum, bis jetzt mal ein bisschen. Jetzt werden wir da ein kleines Eck kreiert. Also haben wir im Lauten Kreiertel und viele, bis jetzt sicher. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020